Die war echt intelligent, die Rakete. Ich war noch nicht mal um die Ecke und da hat sie mich schon gesehen. Huiuiui. Ah, hier geht's raus. Kurz warten, bis wir voll sind. Ich brauche einen Medikit. Ist das noch früher? Bei Tomb Raider oder so? Mit Medikits. Ein Druid hat mich gekillt, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. So ein R2-D2-Verschnitt oder was? Gibt's doch nicht. Wer macht denn sowas? Haha. Boah. Kurz voll heilen. Das war überhaupt nicht knapp. Das war genau so gewollt. Oh, mit drei Leife hat mir noch jemanden umgerotzt. Da hinten ist irgendwer. Warte mal, ich werfe da mal. La, la, la. Boom. Aber hat jemanden getroffen, leider. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh, nein. Stirb. Stirb. 3 Leife. Ah. Ja. Alter. Alter Verwalter. Scheiße. 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 Herzkasper hier. Du nur da. Oh. Schade. Greasy hat uns umgerotzt. Und wir sind immer noch auf Platz 1. Ich bin ja... Also. Wir sind ja awesome. Also, du. Und ich auch. Ich habe bekommen. La, 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 la. Tot. Ich höre Leseschwert. Ne. Ich dachte gerade. Der ist weg. Bombe. Irgendwie von allen Seiten hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Warte mal. Ich gehe mal... Oha. Ja, ja. Da waren wir. Doch, wir sind zu vorschnell diesmal. Oder hatten einfach mal wieder Pech. Könnt ihr auch an Pech liegen manchmal. Shooter ist ja wie ein russisches Roulette. Manchmal gewinnt man. Und... Ja, manchmal stirbt man. Komm, Granate. Hier. Haha. Boah. Tot. Gut. Okay. Ganz kurz konzentrieren. Schnell. Wo? Wo drin? Wo... Wo ist denn drin? Bin auch hier irgendwo drin. Hallo? Ähm. Ähm. Hallo. Ähm. Ja, da müssen wir halt so spielen. Wieso komme ich hier nicht raus? Ey. Ähm. Da. Ist doch... Irgendwo. Einer. Ah, ist das scheiße. Okay, ich werde hier mal so eine Granate hinwerfen. Und... Boom. Siegt von dir selbst. Das ist sowieso das Größte in meiner Karriere. Sich selbst zu besiegen. Boah. Aua. Nein. Sperrfeuer. Von Darth Weezyk. Ja, du... Da, 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 da. Hm. Okay. Wir müssen wieder ein bisschen nachholen jetzt. Vielleicht können wir die hier abfangen. Lalalala. Oh, Mist. Wir haben noch... Wir haben ihn noch mitgenommen. Ich verschluck einen Moment. Oh, Gott. Wir haben ihn noch mitgenommen, wollte ich sagen. So. Hm, 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 hm. Ja, Gott, lauf doch. Zähler nicht rum hier. Weg. Ich muss ins Gefecht. Ich brauch Punkte. Ähm... Papam. Ein Kill Assist. Da ist doch gar keiner. So. Ist hier einer? Nein. Hm, 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 hm. Das war eine gute Granate. Kurz heilen? Äh! Penner. Boom. 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 Haha. So, aber ganz kurz hier. Ähm... Ähm... Ähm, 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 ähm. Ich dachte, was ich hier erzählen soll. Ich bin so konzentriert gerade. Wow. Wow. Wow, der hatte... Uiuiui. Das müssen wir anders regeln. Nein. Das macht aber viel Schaden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, ist ja auch eine dicke Kanone. Hm. Weg. Alter. So knapp noch. Und wir sind auf Platz... Naja, immerhin auf Platz 2. Wir haben echt gute Statistik. 22 zu 9. Da kann man nicht meckern, hm? Ist da irgendwer besser als hier? Meister Kills. Meister Kill Assist. Hm. Das war schon gut. Das war schon echt gut. So, mal gucken. Wann jetzt der nächste... Kommt. Oder... Was ist... Was ist für eine Map kommt? Ah, okay, die Map. Die ist auch schön. Da wieder, glaube ich, die falsche Waffe ausgewählt. Kann das sein? Yep. Zack. Zurück. Und starten. So. Überspringen. Und start. Ja, geht gleich los. Ich hab ein richtig schlechtes Gefühl bei der Sache. Wieso denn? Ach klar, die hauen wir weg. Kein Problem. Sind doch bloß imperiale Spacken. Das ist gar nicht, wie ich hier so Emotes machen kann. Keine Ahnung. Egal. Hier ist das Jetpack natürlich awesome, ne? Auf der Map. Das haben wir leider noch nicht. Haha, mein Kill. Erfolg? Fallgeschoss, schieße zuerst. Das war doch einer auf mich im Moment. Oh, okay, das weg. So. Oh, okay. Ah. Ah. die verletzt bis tot sorry wenn ich so wie ich rede aber ich muss sich hier ein bisschen konzentrieren weil shooter ist echt nicht mein mit je ein infanterie geschützt das stimmel direkt hier oben hin da so irgendwas dickes ballert da rechts das hier geholt okay ja wir gehen auch mal hier hoch ich komme in so kommentare wie die sind voll schlecht deine gegner fühlst dich toll ja fühle ich mich was dagegen ist echt voll schlecht die gegner aber egal ich bin auch nicht gut alter ach der hat es wieder so eine scheiß kanone das gibt es doch nicht verdammt naja was soll papa 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 so ein bisschen heilen komm 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 halte ich ja sterben bleibt halt nicht aus mit shooter ne ihr wisst ja wie es ist so er stirbt doch ich muss zugeben dabei der war echt schlecht papa so ich sage mal papa wenn jemand töte das irgendwie schon angeboten hat ich weiß nicht woher glaube noch was andere turnen zeiten von früher gott das war noch zeit alter was hat er denn gerade da getrieben ironie ich gehe kaputt ich habe mich jetzt hier nicht in solchen stellungsgefechten langweilen aber irgendwie haben wir gerade keine wahl da will jemand unseren tod hier bräuchte man da genau dort ein artillerieschlag hin das wäre genau das richtige verdammt egal partner start wie sieht es aus ja wir führen ausgezeichnet stirbt ob sie da nein 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 nicht schreiben ach damit ich nicht rumschreiben ja dieser stellungskampf gefällt mir nicht so gut das müssen wir irgendwie da hoch kommen warte mal ich habe eine lustige idee aber vermutlich wird das nichts werden ja los los der haupte ballern du spacken laut unserer scanners verzeichnet die sturmkostus 50 prozent verluste der war weg der ball ist hier hinten nach uns so haben wir das hier noch mal kurz geklärt ach so das ist da hab dich noch penner da hab dich noch mal kurz